Ein herzliches Willkommen meine lieben Freunde, mein Name ist Justdex, für die, die mich noch nicht kennen. Und wir starten die zweite Folge Myth of Empires. So, ich habe jetzt seit der letzten Folge das Problem hier mit der aktuellen Quest gelöst. Wir mussten einfach ein paar mehr Wurfsteine herstellen. So, wir holen uns die Belohnung dafür, einfache Rüstungsanleitung freigeschaltet. Keine Ahnung, grobe Schutzausrüstung, ja okay, die haben wir auch schon hergestellt. Also können wir uns dafür auch die Belohnung abholen. Sehr gut, Stufe 10 erreicht. Was haben wir denn noch? Klicke M, um die Karte zu öffnen und die Rechte drücke. Ah, eine Markierung wäre unsere nächste Quest gewesen, beziehungsweise Tutorial Quest. Drücke X, um die abzuholen, einfache Rüstung herstellen, haben wir beides erledigt, John. So, ihr seht da vorne diesen Button über meinen Kopf. Das ist die Markierung, die ich gesetzt habe vor der Folge. Da wollen wir nämlich mal hin, denn ich zeige euch noch gleich warum. Einfache Rüstung herstellen. Drücke X, um die Belohnung abzuholen. Yes, machen wir. Jage Tieren, benutze eine Axt. Was? Eine Axt, um zu sammeln. Okay, nice. Ey, eben war hier noch so ein kleines Wildschwein von meiner Nase. Das sich hier zum Schlafen gelegt hat. Okay, müssen wir es halt nochmal suchen. Da ist es doch. Aber das hat, na, Rüstung 14, so wie ich das jetzt verstehe. Es könnte ein bisschen tricky werden jetzt für uns hier am Anfang, den zu battlen. Das lassen wir lieber erstmal. Ich bewege mich einfach mal hier in die Richtung von unserem Marker. Wir werden schon irgendwas cooles finden, denke ich. Achso, auf dem Marker. Hier, diese grauen Fragezeichen auf der Map. Das ist das, was ich hier suche. Den hier habe ich mir markiert. Da wollen wir hin. Denn ich würde gerne rausfinden, was das ist. Ich denke, ihr auch, oder? So, das machen wir auch direkt. Da vorne ist ein bisschen Wasser, so ein kleiner See oder irgendwas in die Richtung. Oh, was ist das? Was ist jetzt los? Da verschwurmelt es sich. Alter, haben wir Stamina ist unten. Ah, der Hunger, kann das sein? Sollten wir etwas essen? Wir essen einfach mal. Just safe und so, ihr wisst. So, allerdings bringen diese gekochten Heuschrecken aus der letzten Folge jetzt nicht allzu viel Ansättigung. Wir haben ja auch noch ein bisschen mehr Fleisch gefahren. Was war denn das? Eingelegtes Fleisch. Beschreibung, Rotes Fleisch verdirbt nach eine Weile und kann als Gift verwendet werden. Ah, okay, sehr interessant. Ich hatte noch mehr. Minderwertiges Weizen. Wildblumen bringt uns nichts. Minderwertiges Mehl. Eine wichtige Nutzpflanze für die Kleiderherstellung. Gewonnen durch Bepflanzung. Kann auch beim Sammeln von wildem Gras gefunden werden. Okay. Primitive Tierhau. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt hier mehr Futter am Start. Naja. Ah, da sind hier Füchse. Die holen wir uns doch mal direkt. Oder probieren wir mal die Wurfsteine aus. Die hatten wir jetzt noch nicht getestet. Okay. Na, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Treffen wir überhaupt? Momentan stürzen wir nur. Ah, vielleicht sollte ich auch mal blocken. Wir kacken halt gerade voll gegen die Füchse ab. Alter, stirb doch mal. Digga. Okay. Das war jetzt knapp. Das war echt knapp. Was war jetzt da das Problem, dass wir die nicht getroffen haben und so? Ich verstehe es nicht. Benutze Axt, um zu sammeln. Die Axt haben auf der 6. Wir haben die Quest eigentlich schon überstanden. Aber ich sammle es hier trotzdem mit der Axt jetzt hier ein. Wir brauchen ja auch schließlich das Fleisch. So, sammeln wir noch ein bisschen Grünzeug. Okay, scheiß drauf. Wir gucken, was wir geschafft haben. Grill Fleisch am Lagerfeuer. Ja gut, das hatte ich eh vor. Die Frage, die ich mir jetzt eher stelle, ist, wie schaffen wir es, unsere Lebensanzeige wieder hochzukriegen? Ah, die geht von alleine hoch, oder? Ja, die geht von alleine hoch. Sehr gut. So, aber da müssen wir jetzt ein Lagerfeuer uns craften. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Zweige. Der Rest haben wir eigentlich mehr als genug. Was brauchen wir hier für Gras? Ja, ich mache nochmal mehr davon. Wir brauchen das Kräuterwickelbeschreibung. Verteile es auf der Haut, um Entzündungen zu lindern und die Heilung zu fördern. Ah, nice. Das machen wir uns auch direkt. Was können wir denn? Ein. Was brauchen wir als primitive Tierhaut und Holzasche. Das ist interessant, also ist das Lagerfeuer mit dem verkohlten Holz da doch ganz sinnvoll. Zum Glück haben wir es mitgenommen. Zweig. Jo, müssen wir hier noch ein bisschen Bäume fällen. Gehört ja auch dazu. Also für die, die sich wundern, in der letzten Folge war meine Soundqualität vom Mikrofon nicht so ganz gut. Gut, ich wurde da in einem anderen Let's Play schon drauf hingewiesen. Ich habe jetzt versucht, es ein bisschen zu fixen. Ich hoffe, es ist in der Folge angenehmer für euch. Und dass da jetzt nicht so dieses Zischen, dieses Zzzzzt mit drin ist. Wer der letzte Folge gesehen hat, der weiß, was ich meine. Es ging nicht die ganze Folge durchgängig, aber es war schon extrem nervig. Ich habe auch beim Schneiden gedacht, das Ganze rauszumachen. Aber war jetzt nicht machbar. Zumindest nicht so, damit es sich angenehm anhört. Von daher, ich hoffe, jetzt ist es besser. Und ich überlege mir auch ernsthaft, ob wir... Es ist ja ein MMO-RPG im Prinzip. Es ist sinnvoll, später mehrere Leute am Start zu haben. Einen größeren Clan oder Tribe oder Company oder was auch immer das jetzt, wie es hier jetzt heißt, zu haben. Und ob wir nicht einfach ein Let's Play Together draus machen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Momentan ist das Ganze ja hier jetzt in der Kategorie drei Folgen angezockt mit. Oh, sorry Leute, wir hätten Frosch im Hals gehabt. Ja, wo waren wir? Drei Folgen angezockt mit. Denn wir wollen hier jetzt erstmal so die Anfangsmechaniken kennenlernen, bevor wir das jetzt hier komplett durchstarten. Weil, wenn man das jetzt noch nicht so ganz kennt, man macht dann doch irgendwie Fehler in der Skillung oder sonst was. Und, ja, ich hab da keinen Bock drauf, ein komplettes Let's Play zu starten. Und wir haben es die ganze Zeit im Hinterkopf, dass wir Scheiße gebaut haben in der Skillung. Und das ärgert mich dann extrem nachträglich. Deswegen waren wir hier angezockt, wo wir das Ganze kennenlernen. Und, wie gesagt, ihr habt noch... Wenn ihr diese Folge gesehen habt, habt ihr noch eine Folge Zeit, mir in die Kommentare zu schreiben, ob ihr da Bock habt, mitzuspielen. Ob man da was Größeres aufbauen könnte. Schreibt mich einfach an in den Kommentaren. Ihr könnt mir auch auf Discord, Discord... Nein, ich glaube, ich hab keinen Discord-Link in meiner Beschreibung. Wenn ich dran denke, pack ich es dazu. Aber ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben. Einfach eine DM, wenn ihr da Bock zu habt. Wie gesagt, am ehesten sehe ich das, wenn es... Was ist das? Natürlich ein Trenz. Ah, okay. Am ehesten sehe ich das, wenn ihr es mir hier in die Kommentare unterschreibt. Können auch vielleicht noch ein paar nette Worte da lassen. Vielleicht sogar ein Abo, das wäre super nice. So. So. Achso, auslösen müssen wir erstmal. Dann können wir auch grillen. Eingelegtes Fleisch hier herstellen. Achso, muss hier unten rein. Ah, ja. Berühmte Krieger 2. Was? Wenn Krieger zur Arbeit eingeteilt sind, verbrauchen sie die Nahrung auf dem Nahrungsplatz. Wenn keine Nahrung vorhanden ist, hält der Krieger keinen entsprechenden Fertigkeitspruchs. Ah, okay. Ja, mit dem werden wir uns wahrscheinlich befassen müssen, wenn wir mal MPCs am Start haben. Aktuell dürfte das jetzt nicht wichtig für uns sein. So, wir brutzeln hier einfach mal zwölfmal Fleisch durch. Das dauert jetzt seine Zeit. Wir haben einen kurzen Cut rein und sehen uns gleich wieder. Und so schnell sind wir auch wieder da. Und entweder war dieser Übergang jetzt oberst cool oder voll der Cringe. Eins von beiden. Ihr könnt es entscheiden. So, aber unser Fleisch ist durchgebrutzelt. Sehr nice. Wir nehmen hier auch die Kohle mit. Die brauchen wir. So, das machen wir zu. Das Holz nehmen wir auch wieder mit. Drauf geschissen. Können wir das hier abbauen? Lagerfeuerinventar. Ah, das ist sowas. Lagerfeuer zerstören, reparieren oder Lagerfeuer benutzen. Nervis zerstörens. Ah, okay. So, erhalten Schutzzweig Stroh. Jawohl. Wir haben das Zeug zurückbekommen. Sehr gut. Dann lohnt es sich auch, abreißen. So, wir stellen ein Schild her. Ähm. Drücke L für die Questanforderungen. Ja, brauchen wir nicht. Das nervt etwas. So. Ein Schild. Das war das hier, gell? Jo. Können wir machen. Sehr gut. 15 Sekunden. Herr, läuft. Läuft. Wir machen hier heute einen Fortschritt nach dem anderen. Als nächstes denke ich mal, wird hier auch eine kleine Base anstehen. Wir haben ja schon das nötige Zeug. Ist das hier Schlafsack? Ein schäbiger Schlafer, der günstig herzustellen ist, du kannst dich hier erholen, du kannst ihn nur selber benutzen. Nach einigen Malen geht er kaputt. Holztruhen. Holztruhen können gegentlich in der Auffahrt werden, allerdings sind sie nicht sonderlich robust. Ja, das ist scheiße. Aber wir sind ja auch nicht im PvP. So. Äh. Nein, das will ich nicht fallen lassen. Das wollte ich eigentlich equipen. Wie mache ich ihn das? Ähm. Habe ich das fallen gelassen oder equipped? Ah, equipped. Ach so, das muss ich auf die Taste hier legen. Ah, verstehe. So, langsam werde ich leicht schlau. So, das ist jetzt hier die linke. Ähm. Rauswerfen. F. Ah, okay. So, kann ich... Wir versuchen es jetzt einfach mal hier... Ja. Okay, also rechte Maustaste, da halte ich mein Schild oben. So wie es aussieht. Aber ich muss das Schild runternehmen, um mit dem Speer zuzuhauen. Ja gut, da wird irgendwann früher, später wahrscheinlich ein Schwert noch kommen oder sowas. Aber wir holen uns erstmal die Palome. Stelle einen Bogen und Pfeile her. Habe ich doch. Also, ich habe momentan keine Pfeile, stimmt. Haben wir aber genug Stuff da. Ja, machen wir hier neun Stück. Sehr schön. Nächste Quest erledigt. Wo ist denn hier mein Marker überhaupt hin? Da. Dann bewegen wir uns in die Richtung, solange hier... Was ist das? Ist das was Besonderes? Kinderwertiges Tierfutter. Ah, nichts Besonderes. Ich habe gesagt, aus der Pflanze kriegen wir irgendwas Cooles raus. Ja, wir bewegen uns hier in Richtung Marker. Machen wir jetzt was Sinnvolles in der Zeit. Oh. Ist das sowas wie Banditen? Ich gehe mal kurz gucken. Lager bunt und Lager bunt. Okay, wir können mit den reden. Jeder, der mir etwas zu essen gibt, ist mein Lord. Nice. Rekrutieren wir die einfach mal. Bedingung. Gekochte Heuschrecken. 20. Du hast nicht genügend. Ich dachte gerade, der wollte mich angreifen. Heuschrecken haben wir halt aktuell gar keine hier am Start. Nur Fleisch. Hätte ich mal diese scheiß Heuschrecken nicht gefuttert. Was ist mit dir? Verband. Okay, wir brauchen Verband und Heuschrecken für die Guten. Zum Rekrutieren. Ist Kräuterwickeln verband? Ich denke nicht, oder? Hier, Herstellungsanleitungen. Angel, Baumeister. Ja gut, das ist jetzt... Wir sind noch im Early Game. Also, was heißt Early Game? Wir sind im Tutorial, verdammte Scheiße. Ah, hier führt mich der Marke hin. Also entweder ist es jetzt... Hier im Busch irgendwas. Oder es sind echt die Leute gemeint. Die Vagabunden. Wir gucken einfach mal. So, ich glaube, es ist jetzt hier nichts Besonderes für uns, oder? Halt, hier mal schauen. Hochburg. Das ist eine Hochburg. Wollt ihr mich verarschen? Das ist keine Hochburg. Das ist ein Lagerfeuer, wo zwei Typen sitzen. Aber okay. Aber okay. Wie... 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 Wie habe ich denn diese... Heuschrecken nochmal gekriegt? Ich habe eigentlich... Ich habe eigentlich anfangs hier nur... Holz abgefarmt. Mit der Hand. Kriege ich da vielleicht eher was raus? Oh no, unsere Axt ist kaputt. Kann ich die reparieren? Ich will reparieren. Nee, ist komplett weg. Krass. Müssen wir komplett neu bauen. Strohseil fehlt uns. Zweimal. Machen wir aber direkt. So, hier unsere Axt. Ich habe mir... Wozu habe ich mir eigentlich die Fackel gebaut? Die brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? So. Da haben wir unsere Axt wieder. Dann sammeln wir hier jetzt ein bisschen Stuff wieder auf. In der Hoffnung, dass... Alles mit dem Sammeln, das nervt etwas. Schon zwei Gras. Aber leider, leider keine Heuschrecke momentan. So, Kuhn, Sargut. Ah, Heuschrecke. Sehr gut. Gib mir noch mehr Heuschrecke. Nee, will nicht so. Mensch, aber jetzt ist es traurig. Ich will verdammte Heuschrecken. Ich will nicht meine ersten NPCs anwerben. Und die... Mir keine Heuschrecken. Verdammte Scheiße. So, kriege ich hier was raus? Ich glaube eher nicht. Das ist ja nur ein Baum, den ich fälle. Andererseits könnte ich auch versuchen, die zu battlen. Aber die sind, glaube ich, etwas krasser drauf als ich. So, ähm... Ja, wir haben immer noch nicht genug Pfeile. Was brauche ich denn? Noch mehr Strohseil. Also, ich glaube, Strohseil... Davon kann man hier echt nicht zu wenig haben. Äh, zu viel haben. So rum. Sorry. So, wie viele Pfeile werde ich wohl brauchen? Wir machen einfach mal, was geht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt genug. Warum haben wir wieder so eine verschwommene Sicht? Ah, unsere Nahrung geht runter. So, eingelegtes Fleisch. Eingelegtes Fleisch am Spieß. Das usen wir mal. So, auf jeden Fall ist es nachhafter als die... komischen Heuschrecken. So, ja... Ah, Stellebogen her, haben wir fertig. So, Tiermedizin. Jage ein beliebiges Tier und heute ist... Habe ich doch auch schon gemacht. Ah, okay, kriegen wir hin. So, da oben laufen noch Tiere. Oh, hier sind ein anderer Spieler, ein ausgelockter. Kann man denn irgendwie looten? Ne, okay. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir schon mal den ultimativen Test. Also, unsere... Unseren Stuff können... Kann uns keiner klauen, wenn wir ausgelockt sind. Hallo! Stirb, du Fuchs! So, sehr schön. Dann gibt mir euer... Material. Ich finde es ein bisschen kacke, dass man das Schild und den Speer... äh, separat ausrüsten... ausrüsten... Jo, ausrüsten muss. Denn, das ganze System ist ja noch etwas behäbig. Es dauert zu lange. Ich weiß nicht, bis der Gegner da ist... Ähm, ja... reicht meistens die Zeit, nicht? Okay. Nur mal so zu dem Interesse. Wollte ich mal gucken, kann man den Speer töten? Okay. Also, er schreit zumindest wie blöde. Oh, was ist das da oben? Das ist interessant. Größeres Tier. Hier... Hier sind welche Kleiden. Ah, Karnickel. Kleine ich mal ab. Alter, der ging ja mal voll daneben. Ich hab doch genau gezielt. So, sehr schön. Ah, das ist ein Pferd. Oh, was ist das? Das ist eine Straße, die geht irgendwo hin. Körperbau Anfänger. So, wir gucken uns mal an, wo die Straße hier hinführen sollte. Was bist du für ein Pferd? Du sollst abhauen und er lässt zu mir kommen, oder? Alter, ist halt... Also, Bogenschütze muss echt noch geskillt werden. Das ist momentan... Der trifft ja drei Meter daneben, wenn ich direkt drauf ziele. So, was ist das hier Schönste? Hat bestimmt jemand versucht, eine Base sich zu bauen. Oder? Besitzer... Okay, irgendwas Asiatisches. Es sollte eine Base werden, zumindest. Okay, wir holen uns erstmal die Belohnung. So, Wiederbelebungs-Irgendwas. Gilde beigetreten oder neu gründen? Was? Gilde beigetreten oder neu gründen? Ja, cool. Ja, natürlich machen wir eine eigene. Warum sollte ich hier irgendjemand beitreten? So, äh, wie mache ich denn das? Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Erziele einen Wiederbelebungspunkt-Schlafsack. Ja gut, der Schlafsack, der war hier. Wir machen uns schnell. Dann gucken wir, wo waren die Quests. Ähm, ich mache das lieber hier so. Ah, da waren die Quests. Gilde beitreten oder neu gründen? Klicke, um das Gilden-Interface zu öffnen. Wähle eine Gilde aus, die du beidrücken möchtest oder erstelle deine eigene. Deine Gilde kann dir auf verschiedene Arten helfen. Du kannst zum Beispiel die Erfahrungspunkte, Fertigkeits- und Technologieboni erhalten. Arbeit kann zwischen den Gilden-Mitgliedern aufgeteilt werden, wodurch ihre deutlich, was, wodurch ihr deutlich bessere Chancen habt, zu überleben und Erfolg zu haben. So, ich habe sogar eine Nebenquest. Karte erforscht, der Kunde eine beliebige Hochburg auf der Karte. Ich habe schon gemacht. So. Hier. Markiert. Nochmal markiert. Perfekt. Absichern. Erbauer. Ein Haus. Jo, wäre halt ganz nice, erstmal hier sich die Gilde aufzubauen. Das ist Herstellungsanleitung. Gilde. Hier haben wir es. Gilde gründen. Gildennamen eingeben. Ja, das ist einfach. Hier, Dex. Das, äh, habe ich es richtig geschrieben? Family. Jawoll. So, Leute. Also. Wer Bock hat, tritt bei mir das Charakter-Limit 10. Warum kann ich ihn nicht gründen? Wollen ihr mich verarschen? Echt jetzt. Ich kann keine eigene, die hat gilt, die ist voll. Mit dieser. Und kann ich nicht meine eigene Gilde gründen. Das ist ja mal lame jetzt. Ah. Okay. Das war einfach nur ein Buchstabe zu viel. So, Leute. Wir haben unsere eigene Gilde gegründet. Also, Leute. Wenn ihr Bock habt, joint im Spiel. Joint der Dex Family auch auf YouTube. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, wir machen Schluss mit der Folge. In der nächsten Folge fangen wir mit dem Hausbau an. Danach dürften wir eigentlich so weit dieses Tutorial hier, um das Ganze kennenzulernen, durchgespielt haben. Und, ja. Dann geht es ins Eigenschein Let's Play, Freunde. Also, es ist beschlossene Sache. Es ist ein Let's Play. Also, es ist safe. 100%ig. Aber wir müssen uns an die drei Folgen halten. Vom Angezockt. Und, ja. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier anfangen zu lernen. Und dann im Eigenschein Let's Play diese ganzen Basics da wieder lernen. Deswegen. Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ja. Wir haben viel Neues gelernt. Und, ja. Wir wissen jetzt, dass wir hier mal gebunden engagieren können. Das werden wir auch vielleicht in der nächsten Folge machen, wenn ich genug Heuschrecken zusammen bekomme. Oder einen Verband herstellen kann, wo auch immer ich den machen soll. Bevor wir jetzt Schluss machen, holen wir jetzt noch hier unsere Belohnung. Und, ja. Wir werden den Schlafsack hier noch schnell platzieren. Genau. So. Hier so schön am Wegesrand wie der letzte Panel. Von wegen hast du mal einen Euro und so. Jo. Gut. Leute. Das war's. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Das wäre super, super nice von euch. Würde mich voll freuen. Joint the Dex Family. Ist einfach nur Abo-Button klicken. Kostet euch nichts. Würde mich riesig freuen. Und wir können zusammen zocken, wenn ihr Bock habt. In diesem Sinn. Bis zum nächsten Mal. Just Thanks. Und Tschüss.